Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich etwas ganz anderes für euch, was ich bisher noch nie gemacht habe, nämlich ein Make-up-Tutorial. Ja, das hat zu einem den Grund, dass ich in den Videowünschen immer wieder lese, ihr möchtet gerne ein Make-up-Tutorial. Es wurde sich auch ein bestimmtes gewünscht, nämlich das, was ich eben Angst-aber-glücklich-Projekt, glaube ich, getragen habe und auf diesem einen Foto, was ich auf Instagram und jetzt auch als Profilfoto habe. Ich versuche, das nochmal nachzumachen. Ich weiß allerdings nicht ganz genau, was ich da benutzt habe. Ich muss auch dazu sagen, dass ich absolut kein Profi bin. Ich habe mir das auch einfach, ja, selbst beigebracht. Ich gucke selbst sehr viele Beauty-YouTuber und ja, ich versuche das einfach mal. Mal sehen, was daraus wird. Mir fehlen auch die technischen Mittel dazu. Eine vernünftige Beleuchtung habe ich ja leider immer noch nicht. Und ihr steht hier auf einem Bügelbrett. Ein Spiegel ist mit einem Korb befestigt. Ja, schauen wir einfach mal. Aber ich mache es gerne. Ich habe ja Spaß daran. Runter vom Sofa. Und das ist auch der zweite Grund, warum ich es mache. Ich weiß nicht, wer von euch meinen Blog verfolgt mit den aktuellen Aufgaben. Und ich verlinke euch den nochmal in der Infobox. Ja, die heutige Aufgabe lautet nämlich. Runter vom Sofa. Schminken, hübsch machen, fertig machen. Und ja, mir selbst sagen, dass ich schön bin. Eigentlich eine sehr süße Aufgabe. Was wir auch eigentlich jeden Tag tun sollten. Wir sollten uns selbst jeden Tag sagen. Gerade wir Frauen, wie schön wir sind. Und ja, das sind die beiden Auslöser, warum ich dieses Video jetzt mache. Mal gucken, wie das nachher wird. Ob ich es überhaupt online stelle. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich bin jetzt, wie ihr seht, völlig ungeschminkt. Und ich habe als Unterlage erstmal von Salt House die Hydra-Aktiv-Creme. Die kennt ihr ja schon von mir. Und ich trage im Moment eine Lippenpflege. Und zwar von Dr. Hauschka. Mehr befindet sich noch nicht im Angesicht. Und deswegen, los geht's. Ich sage nichts dazu. Ich zeite euch die Produkte in die Kamera und lasse Musik laufen. Also, los geht's. Ich zeite euch die Produkte in die Kamera und lasse Musik laufen. Ich zeite euch die Produkte in die Kamera und lasse Musik laufen. Ich zeite euch die Produkte in die Kamera und lasse Musik laufen. Ich zeite euch die Produkte in die Kamera und lasse Musik laufen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lights out lying in your arms and these feelings start to change. One look into your eyes and I'm floating far away. I've never been here before, I don't know the score, but I never wanted you more than I do tonight. Escape with me, will you escape with me? And we're still brand new. Okay. Yeah. Baby. Yeah. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR